Im heutigen Video beschäftige ich mich mit dem Fluss Amazonas, die 10 wichtigsten Fakten. Beginnen wir. Erstens, wo finden wir den Fluss überhaupt? Der Fluss liegt im Norden von Südamerika. Kommen wir nun zu seinen herausragenden Daten. Die Länge des Flusses beträgt 6.992 Kilometer. Das ist mehr wie die Luftlinie Wien-New York. Drittens, welche Länder umfasst sein Flusssystem? Vielleicht, was ist denn ein Flusssystem überhaupt? Das ist der Hauptfluss und seine Nebenflüsse zusammen. Das wichtigste Land ist Brasilien. Dazu kommen noch Kolumbien, Bolivien und Peru. Viertens, seine maximale Tiefe beträgt für einen Fluss unglaubliche 100 Meter im Mündungsgebiet. In welchem Ozean mündet der Amazonas? Der Amazonas mündet im Atlantischen Ozean. Eine weiter herausragende Zahl, seine mittlere Wasserführung beträgt 206.000 Kubikmeter pro Sekunde. Hier ist der Vergleich wichtig. 70 Mal mehr als der Rhein bei der Mündung oder mehr als die nächsten sechs größeren Flüsse zusammen. Weiter geht es mit den Superlativen. Siebtens, größte Ausdehnung in der Breite, beträgt unglaubliche 20 Kilometer. Im Vergleich dazu, der Bodensee ist 14 Kilometer an seiner breitesten Stelle. Achtens, das Einzugsgebiet des Flusssystems beträgt 5.956.000 Quadratkilometer. Und auch hier als Vergleich, das ist 16 Mal größer als die Fläche von Deutschland. Neuntens, wo entspringt der Amazonas? Beide Quellflüsse liegen in den peruanischen Anden ungefähr auf 6000 Meter Höhe. Und schließlich zehntens, durch was ist sein Ökosystem bedroht? Da gibt es vor allem zwei Gründe. Der eine geht schon länger zurück. Die Rodungen des Regenwaldes, die dazu führen, dass auch das Abfließen des Wassers beschleunigt wird. Und aber das weitaus größere Problem ist das Quecksilber, das als Nebenprodukt bei der Goldgewinnung anfällt. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein paar neue Informationen geliefert. Bis bald zum nächsten Mal.